Ich bin Pastor Henry Hildebrandt. Hier haben wir eine neue Gelegenheit, Taubt zu sein mit Brother John Hildebrandt von Bolivia. Wir sind nicht in Freundschaft, aber wir sind nur in Freundschaft, wir sind Bräude im Haaren. Wir sind einfach sehr dankbar. Okay, von der wollen wir an dieser Lektion, was ist das Nummer 7? Lektion Nummer 7, glaube ich, bei der wir nun. Wir wollen hier von der Zeit durchnehmen, wenn wir ihnen das Müll tegen. Und ich will bloß vorhin sagen, das ist ein ever black, ever dead. Wenn wir hier wollen, deutlich nachdenken, weißt du, was die Bibel arbeitet, wenn du ein Timer hast, behauen, das nimmt alle andere Timers mit an. Du kannst einmal ein, das nimmt, von all den Saas, die wir nun haben, du wirst alle weg, das Futter alle weg nähen. Aber was wir brauchen hier, ist, für die, was du abrechtlich weiter wollen, was sagt die Bibel, in Beten ever black geben, und weißt du, wo wir uns nach seien abverluten, dass die dort feilen, und jungen Jaes, es ist der Jaes, und ans Reich, was hier ist, oder es ist hier ein falscher Jaes. Die Jaes Gottes, was du nicht dort wiesen, und es ist wirklich, was wurde es. So, ich glaube, wir wollen hier, ich würde diese Frage einmal überlesen, und dann habt ihr auf die Lehren, und dann kannst du hier reinmerken, dass wir dann kommen mit, was wir sagen können. Offenbarung, Kapitel 13, wo soll wir anfangen? Offenbarung, dreht, farsch, saßtchen vielleicht. Ähm, in, hei brach, dat okpatur, dat bäht, klein in graut, rekt in oam, frie oder fisk luft, in teken, ab der reichte hund, oder am stirren, je je fahrt. So, das ist interessant, dass der Thesen nicht sagt, der reichte hund in, ohne stirren. Es sagt, ab der reichte hund, oder am stirren, je je fahrt. in der China scheuten, oder für scheuten können, der nicht der Theken, oder der Tier sie nummenhaft, oder der Sohle, der für sie nummen steht. Dit fahrt werset. Wer dort verstunnen kann, dem lud der Tier sie nummer taubstellen, wie es dort ist, eine menschliche Nummer. Die Nummer ist, saßhundert, in saßesastig, oder wie kann sein, saß, saß, saß. Ja. So, das ist ein Teumann, wort auf der Welt von diesem Tag, wo viele Menschen sich sehr, sehr, sehr vergrühen, sehr vergrühen, und sehr Angst verhauen. Und ich müsste abfohlen, dass Menschen von diesem Tag noch immer so viel lüren. Dit wird noch kommen. Dit wird noch kommen. Dit wird noch kommen. Der Dreck soll noch kommen. Meine Frau ist, wann euer wortet dann schliesslich alle zum Einen kommen, oder ab wort, wort wirst du den Sinn, der von der Botschaft bringt, von der, wann ich abstut zum Predigen. Stimmt das noch direkte zu den Menschen, von der, aus dem Tag, oder kriegt er noch eine gelegenheit, das eine vertal mir mal, er sagt, er hat immer so gedacht, dass er nicht wie bekannt war, so oder so, aber du kommst ja sowieso noch eine gelegenheit, und als er dort gehört hat, dass er dort nicht geht, er sagt, wie am derchen, derchen gehen, und das ist von mir am hochten Licht, weil wir nicht einmal durch unsere Lieren, die wir ans Taub stellen, den Menschen noch eine Hüpfung geben, dann kommt erst nach dort, und dann wird es ein langes Schlaf aufgeführt. Ich frage das ein, ich denke, so eine Wunklein der Westen, die duzent Jahre alt, ist das dann noch nach gewicht von der Zeit, oder eine Wutwesten, wir möchten da denken, wir sind hier in der Offenbarung, in der Offenbarung ist eine Bilder sprech, nicht das wir sagen, dass du nicht, was Ben ist, dass er von was Wort redet, oder was bochtetlich ist, aber wir möchten abpassen, redet das hier von der Bilder sprech, wie ist das, die Nummer saß, 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 als eine menschliche Sohle, sagt das hier, eine menschliche Nummer. Was können wir sagen, was können wir sagen, was ist, wenn wir die Offenbarung erklärt, dass das einmal beschrieben wird, von unseren Breitenwörtern beschrieben, dann sehen wir, die ganze Offenbarung, mit einem Wort beschrieben, würde eigentlich sein, Säven. Gott seine Sohle, Säven. nicht abgebrochen, einen Kapitel, der Kapitel 14, wie du euch benenst. Das ist der, der Chapter. Das heißt, dass wir einschrieben, nur eine Vision, die du kennst. Wir machen hier den 14 Kapitel in der ersten Phase, Einmal, wo du sagst, wenn du ein Ding nicht erklären kannst, was du meinst, wenn du ein anderes Ding studierst, dann sagst du, das Licht ab, dann sagst du, oh, wenn du das verstehen kannst, dann kannst du das ganz leicht verstehen. Dann kannst du dir etwas sagen. Du hast so sehr viel in der Bibel, einmal hast du dort ein Passport, einmal hast du dort ein Barcode, und wie man ein Munde sagt, er hat er zu bieten, wenn ich seine Schwäge habe, dass seine Eltern in die Hüsche kommen würden, von Ancheiben, dass er ihnen gesagt, dass alle Barcodes, die sie dann einmal mit scannen würden, dass die Dinge, die seit nach der Jungen werden, die wir ihnen geschrieben haben, von den Gläser, und die Menschen gerüllen sich, plus so bieten, wenn ich sage, nun wird er zu schrieben, von den Gläser, und die Menschen gerüllen sich, so bieten ihn, wenn ich sage, aus der Hüsche kommen würden, und die älteren und all das ankäufen, und er hat so sein Geld gegeben, und so, 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 und er hat sich in den Blühstift genommen, und er hat alle, wie die das ankäupte, die sie angekauft haben, und er wird in die Union gekürzelt, um dort versägen, und so, 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 zu bieten zu haben. Wo dort erstens ein arbeitender Mensch, an einem Neut, der Weltgehrer wird kämpfen, und weil er sich nicht mehr unterstreckt. Der nächste will nicht ein Passport merken, der nächste will nicht eine Cedula merken, der nächste will nicht die Lehner werden, wegen alles, die wollten nicht, und wo dort ein Beweis ist, dass die Menschen wollten nicht, und wo das alles geht. So, du, wegen Anziehung von einem Charakter, vielleicht hört das irgendwer, und wenn man das immer hört, dann würde ich sagen, weil das fällt mir gerade ein Steinfeld rum. So, eurer wie das erklären wollen, gleich mal wie ein anderer, ein von anderen erklären, dort wird die, äh, die Lechner abschienen, auch das, 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 das. Ich sehe das hier nicht, wo wir das hier, das Mut teken von dem Tier. Wie das hier, ähm, ähm, ja, so, äh, in Vers 17, oder das Tier, sind Numenhaft. So, das teken wird, das Tier sind Numenhaft. So, das Essen. Ab Englisch sagen wir, the mark of the beast. So, wir reden hier, war da von dem Tier. Ich, fehlte einmal reden wir von, der pfeffte Tier. So, der meint gleich, das hier wird ein teken sein von dem Tier, der, äh, das, äh, abspornisch sage ich, unanimal. Okay? Die Tieren, der dreht hier von dem System. What do you say, nicht? Aber so, wenn man kurz mal, was wirst du, den nächsten Verschen? Offenbarung, vier Tieren, muss man wieder lesen. Okay, weil wenn wir nicht, irgendwann Jesus von der Bibel lesen, die Kapitel, die Kapitel, die du haben nennen getan, die Hansel Luther, die Tieren getan, und dort, 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 dann kann er sagen, Johannes Kapitel 8, Versch 12, das ist dort. Aber die Verschen, ist man wieder nicht so abgedeilt, dort wird in so einer Rollen geschrieben, so, dort ging bloß wieder, Kapitel 13, Versch 18, von der Zahl, von der Zahl, von der Zahl, wo das die Vision, wo das die Vision, wo das die Vision führt wieder, Versch 14, Versch 1, dann, Du, du, wie das die Gemeinde? Ja. In, Matam, hundert und feite für dich, dass sie nun, und oder sie nun, ab ihre Stierens, geschreven, hat. Okay, wenn wir noch mit dem Mauer lesen, in Offenbarung 3, Offenbarung Kapitel 3, Versch 12, Versch 12, Offenbarung 3, Vers 12, sagt, So, wo mir hier ja bis einmal rote erwiesen ist, Wenn wir in der Bibel lesen, das, ich will mir ein paar Beispiele geben. Eine Offenbarung, wir haben zwei verschiedene Stoten. Wir haben hier Jerusalem und Babylon. Ein Babyloner Schlag, hier Jerusalem ist fern. Wir haben zwei verschiedene Frühs. Wir haben die Früh, wo der Bermund steht, wenn der Sonne bekleidet wird, eine so eine fernende Früh. Und wir haben eine Schlag, die Früh, wo der Hürde ist, an Offenbarung 7 Tieren. Wir haben Tieren, wo du von ihr dritt kommst, ein Engel, wo du im Himmel kommst. So, da ich die ganze Offenbarung, die wurscht, immer, lech in die Sten ist. Rauch in Aureich. Wird in Schword. Wird in Schword. So, nüht lesen wir hier von zwei Tegens. Ein erster Tegeng von der Tier, und ein erster Tegeng von der Lohn, von den Führer. So. Der Tegeng von der Tier verstohlen, mott wie der Tegeng von den Führer verstohlen. Right. So, nüht man nicht mal irgendwen, wo der Fräer, wo der Säuer interessant ist, hast du mal gemerkt, wo viele Menschen stohlen ab, in Reden, Arabischen, ewa der Tegeng, wo der Führer an einem Stieren entschrieben hat. Wo er mich besenden konnte, und ich habe nie gehört. Ich weiß nicht, vielleicht dauernde, ich sage nicht, dass du nicht dauernd, und wo das hüschst du allgemein nicht. Wo sie würden sagen, dort meint am Säen Namen geschrieben. Das ist korrekt, was er meinte. Wo Ammerhan dit meintet, meint ja. Klar. So, wenn ich hier in Offenbarung Kapitel 3 sage, da war wir den Farsen mal dicht bei betrachten. Dort sage ich, lesen wir den ersten Pott, da war wir den mal betrachten, und sagen, wo das meinte. Vers 12. Yes. Der Gewinnende. Wer ist ein Gewinnender? Der wird den Sieghafen. Okay. Und wer ist ein siegvoller Mensch? Da sage ich, der wir an Jesus erst auf dem Sieg. So, das ist ein Christ. Yes. So, ein Christ, dort heißt ein Fehler, und ein Tempel. Der Gewinnende, wo er aus drei Ständer an mein Gott sein Tempel sah. Okay, wo meint das? Die Bibel sagt, ihr seid der Tempelgottes. Wir sind der Tempelgottes. In was sein, wie du bist? Ein Fehler. Yes. Wird er ein Fehler? Der steht aus irgendwer, wo Gott sich abfluten konnte. Ein Fehler ist so, da wird eine Lüde reich, wo du so zu sein, der kostet irgendwo Haus sein, und halt den Tag ab. Yes. Hier reden das, der sagt, ein Christ, wo du eine Gemeinde hast, Gott sein Ständer, Dann sagt er hier wieder, was sagt er hier? Und die sollen du niemals mehr rüde gehen. Okay. Die blieb du stunden. Die zahl, die wurde zahlen, dass, wie er meine Hohen bei uns ist, dem wird er keine Rüde reichen können. Dann meint es, wenn ein Christ als Sache an Jesus in der Hohen konnte du blieb. Yes. Die konnte du rüde gehen von der Welt, wenn er sich das alles losbreden hat. Yes. Aber die blieb... Nichts können am der Rüde reichen. Nichts können am der Rüde reichen. So, lese wieder. So, und wem? Ohne den Christ. Yes. So, hier sagt Gott, wann du wot wir sehen, wot du wot stunden, vor der Wohrheit aus dem Fehler, an mein Gott sein Tempel. Und den Mensch, wo ich gön, in eck wo du gön, wot nabschrieben. So, von woher fangen die Christen an? Noch einmal. Wer einmal an, vor Gott die Stunden hat. Yes. Hast du mal ein Christ gesungen, wot den Führer sie nun, in den Führer von der Stuttgottes, in der Nähe Jerusalem, ab und abgeschrieben hat, an den physischen Weg? Nach der Wohrheit. Wann hat mich von der, ich habe mich in die achten Jahre bekehrt, kostet die auch in meinen Stieren irgendwo sein, wo du in der Nähe Jerusalem, auch geschrieben hast? Nee, das kostet nicht. Okay. Hier sagt es aber, ein Gewerner, ein Sieger, der wird es haben. Und der wird, ab der Ehre Stieren, wot hat er dann abschrieben. Okay. Im Vertrag des Göträ, aus Jesusträumen, habe ich diese Christen geholt. Düsende, Millionen, die Christen sind, die du gewahrst. Sag mir von euch, wie ist mir mal ein Bild, wo du das gewahrst? Mhm. Okay. Das allein, kann irgendwer sein, so, wo der Gott, die nun, Menschen abschrieben. So, wenn du stehst, aus den Fählen, ein sichvoller Mensch, über den Sinn, über die Welt, und über das Fleisch, dort Tieten, dort die, dort das, aus den Tieten von Gott, seine Macht, von Gott, seine Kroof, was muss ich mir nicht, nicht von dir, aus den Christen, ich stehe in der Welt, ich besiede das Fleisch, ich gehe in den Satan, ich stehe in, für was, wo er ist. Das wird die Welt, so eingekriegen. Ich brauche kein Nummer, in meinen Sinn, aber das Stott von meinem Gottes, das wird sagen, das Mensch steht für was. Du wirst Menschen, der Aquadius, den Biespelbruch, da steht, was hier Covid wird. Du wirst Menschen, in Bolivien, von wo er ist, da haben die noch kaum mehr gesäuen. Dann, wir hören einer von dir gesagt, Herrn, hau uns den Glauben, als zu sein. Pastor, Herrn, hat den Glauben, als zu sein. Der, ihr reicht die Keine, will einfach nehmen, den Menschen, der steht, und fort da, ich meine, die Rechte Keine. Die sagen, den ist zu sein, wo sie sagen. In der Bibel, aber nicht auf meinen Stirn geschrieben. Du wirst nicht auf den Stirn, die sagen in Fähler, was du stünd, aus der, aus der Dichter, wie er da auch für, du gingst da. Okay. Dann seht ihr, ich kann, den sie in Glauben, kann ich sein. Das ist nicht bloß Müll, das kann ich sein, den sie in Glauben, was der Mensch da ist. So, was ihr sagen, was ihr in Wirklichkeit sagen, ihr seht, ich sei Gott, die Nummer, den sie in Stirn geschrieben. Ich sei, die Nähe Jerusalem, die Nummer, ich sei, das ist, und den Menschen, Das seht Menschen, und das ist reich, und denken, was ihr seht, dort sind getäten, der Mensch. Hast du mal einmal, wenn irgendwie einmal, der jetzt schwore Tiden, leichte Tiden, der lebt sich voll, der hält sein Leben rein, und die Menschen sagen, dein Mensch, dort zu sein, okay, wo zu sein, der sein den Gewinner, der sein dort, das ist der Quark, wo du auf dem Grundstück, wo der Putten von der Haare nicht gehen kann, der ist getäten, mit einem sichvollen Leben. Du hast immer geschrieben, Gott, seine Macht, sein Blut, hast du zu sein, Gott, seine Nähe Jerusalem, hast du zu sein, das ist der Ola zu sein, das wird so, die Offenbarung, die Tiden sagen, mit einem Taubstunde, hundert und feuer, die Tiden, hundert und feuer, die Tiden, das ist eine vollkommene Sohle, das meint, Jesus an seine Gemeinde, und mit einem Taub, all die Sonne, wo diesen sichvollen Leben, leben, wo heute die Tiden, und sie sagen, das sind meine Kinder, die tun sichvoll, je in den Sinn, je in den Welt, je in das Fleisch, je in den Teufel. Und das, was hier mit dem Saas, Saas getäten wird, sagt nichts, von dem Gewinner wird, dem Fehler wird, das sagt, das ist eine menschliche Sohle. Und das sagt, das ist ein Tier, okay. So, wo ist das Tier? Dort ist das System, Dort ist das System, Dort ist das System, von dieser Welt, wo es so tun, die hier ist. wenn irgendwer, ich kann uns das sagen, ein reingigerer Mensch, von dem, dass entweder die Tiden, mit den Führern sind, wo die anderen würden sagen, na, das meint nicht, neigeschreiben, oder neigeschreiben, das weint nicht, das sage ich auch. Wenn man in der Tiergülle, dann würde sagen, ja, du warst nach dem Humor, hier ist das Saas, Saas, dann schrieben, was schon mal so nicht geben, dass er nicht mehr war, mit ihm, so was. Weitge, wo der Trübel ist, dass ein Mensch, wo ein Mensch sind, der Zen, hier ist das Band, du Band, das war alles passiert, wenn ein Mensch, hier ist das Band, und Zen abmerkend, und da haben wir gesagt, dass Christus sind, Christus gesend sind, all das, was die Führer sind, die haben, die haben den Christus-Zen an sich, und die leben in Christus-Zen. In all so, was die Tierzinsen haben, die leben als das Tier, die leben nur in Fleisch, die leben in Aureinigkeit, die leben all diese Dinge. Dann, das ist der rechte Hund, okay, diese Hund, von der und da, meint die nicht mehr so viel. Erst einmal, das waren unsere äldre Menschen noch viel, okay, ich sage nicht älter, aber äldre Menschen, immer, wenn du was berät, wenn du was im Schach haben, wenn du was in Aureinigkeit geschlossen, das werden die Schlüten, das werden die Schlüten mit Aureinigkeit. Okay? So, das sagen, die wollen nicht schäuben, und nicht verkäuben. Das redet von, von Sonne, wo den Führer sie nun haben, in Sonne, wo das Tier sie nun haben. Die können nicht sein, ich sage mir, euch nicht mehr die, nee, wir sind nicht, nur ich kann nicht. Wenn einer von uns saß, saß im Zen geschrieben hat, menschliche Soul, und der andere hat Gott sie nun durchgeschrieben, das stimmt nicht hoch, dass das ist magneut, was gehen ohne ist. Die geben sich nicht, auf Englisch selber, die Hand of Fellowship. Der Horn von der Gemeinschaft. Die sind sich nicht einig, wenn wir ein Horn merken, oder wir sagen, sagen wir uns einig, duern, wir geben uns den Horn, nicht, ja? Das ist ein Schachers vorig, nicht? Wenn wir nicht in der Saal die nun geschrieben haben, dort wo dann Menschen nicht wählen, von denen, die töten, oder töten, wenn die sind sich mit denen jetzt nicht einig, was du hast. Das ist ein anderes System, das ist das von der anderen Seite. So, wo sage ich Gott, töte die Wahrheit, und verköpte nicht. Was kostet die Wahrheit verköpfen? Das ist die Bibel, die sagen, ich gebe mir mal 100 Dollar für dich, oder was meint das? Gott sagt, komm zu mir, und töte ihn ohne Geld, und ohne selber, was sage ich dir? Töte ihn. Was sagen wir uns von Gott, töten? Okay. Warum braucht das das Wort töten? Okay. Töten meint das. Wie verstehen das Olaf? Wir gehen im Stuhn an, wir hören, was eine Föp, das ist eins. Dann nehmen wir uns das Wort von dem Mildbank. Yes. Dann du wirst es das. Wenn ich hier rüttkuhn will, um das zu kriegen, muss ich das abgeben. Yes. Okay. So, das ist ein Schacht. Das ist ein Tüchen. Das ist ein Tüchen. So, nun kommt ein Mensch, nur Gott, und Gott sagt, ich kann eine Lösung für dich. Ich kann ein sicheres Leben für dich. Die Mensch hat sie in ihr Leben, sozusagen, und Gott sagt, du möchtest dein Leben abgeben, dann geh weg die das. Und wenn ein Mensch dann sagt, hier ist meine Haltos, hier ist mein Leben, hier ist alles, ich gebe meine Sinnen ab, dann kriegt er das. So, wenn ein Mensch immer weiter von was von Käupten und Verkäupten und reden wird, dort wird nicht mehr gekümmt, wenn ich mehr war, mit irgendwem, wo wir immer schachteln können. Ja, wie es zu sagen, immer Menschen, die können die Trachttüchen. Die kostet Trachttüchen, kostet Schachteln, kostet nicht mehr recht, wenn das System von dieser Welt wird durchbrechen. Sicher. Die wirst nicht nur übergucken, die werden sagen, hey, ich will mir von dir die würde Frucht kaufen, die würde die dort verkaufen, die würden Trachttüchen. Dort Tüscherien, die Tüscherien, die wird Kimmel abhören. Aber die jäßliche Tüscherien, die kauft ganz Karten. Ich kann ja auch von derischen Dach in die wird hier die anhören, denn die wollten durch seinen Menschen, wenn die mit dir wollen gehen, und die wollen dich üttüchen mit dir über die Bibel, die wollen nichts von die kaufen, die kannst du nichts verkaufen, die kaufen nichts von dir, die wollen das üttüchen nicht, wenn du hast Gottes Namen in deinen Stirn angeschrieben, und sei sein, sei er nun es nicht in deinen geschrieben. Zum Beispiel, wir haben hier eine Saas-Laktion geduht, und wirklich wir sollten das haben, und in dem Menschen, die dort wird nehmen, muss der wird abgeben. Yes. So, die wollen Menschen sein, die wollen nicht nehmen, und die wollen Menschen sein, die wollen nicht nehmen. Right. Die wollen ein Hundel sein, und sie wollen nicht ein Hundel sein. Wenn irgendwer oder Tier sie nun am sehen sein, sein Band hat, der konnt nicht mehr ohne. Der muss euch abgeben, und der muss eine Säbein haben, die Säbein ist Gott, in der Saas. In Wertlichkeit, Menschen sind geteet mit 777, oder Saas, Saas. 100%. 100%. Weißt du, was ich glaube, das beschrifft, was wir hier sagen wollen, ich wollte es in Everblack, ob ich glaube, das genug für uns zu verstehen können, wenn ein nicht wirklich hier auf der Stille geschrieben ist, was soll das unter dann sein. Und wie soll das geht an was jetzt leid? Weißt du, was das ganze Buch Offenbarung, das geht um Gott, Gott, den Tempel, das geht nicht an sein, oh, da sind gerade ihr beben, das wird Offenbarung gemeint, nur weißt du, was, weißt du, leid, ihr beben, es ist ganz kalt, wie in Türki gerade ihr beben, ihr beben sind immer war frisch, krech ist immer war frisch, einmal hier, einmal dort, da will sein, was ist der jästliche Spreak, was will die Offenbarung an sein, Gott, Abraham aufhalten, Gott, danke schön für was das Torhärchen, und dann wollen wir noch ein Teil mehr hier durchnehmen, ob er freut mich für die Abmutzung geht, wenn ihr wieder was wollen, los mich wollen, ich würde ihn in Kontakt saßen, sodass ihr mehr in der Einzel hätten lernen. Gott mär dient.